Meine erste Frage, wichtig zu schnallen, und ich möchte auch einen Philosophen zitieren, und zwar Theodor Villi-Argon, der eins sagte, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch, das sind Kulturkritik und Gesellschaften 1951 produziert. Von manchen Interpreten wurde dieser Satz als generelles Verdikt, die Literatur hat uns zum Allgemeinen ausgeweitet, das setzte die Zukunft Europas in tiefe Nacht, als müssten wir auf ähnlichen schwarzen Schatten von Auschwitz liegen. So begegnet würde ich euch um einen Eingangsmotum bitten, und was von eurem Hintergrund für eure Arbeit, die Rekonstruktur für eure Arbeit spielt. Wer möchte, das ist eine zweite Frage, das gibt es zu. Aber, ja, trotzdem. Ja, guten Abend, hör mich. Das ist ein schreckliches Zitat, ein Zitat, an dem man nicht vorbeikommt, wenn man sich mit dieser Thematik auseinandersetzt. Es steht wie ein großer Block natürlich in der diskursiven Landschaft, tausende Mal zitiert, tausende Male bestätigt oder widersprochen, eine ganze Literatur ist eigentlich darüber entstanden. Ich habe mich bei diesem Zitat nur immer etwas gefragt, nämlich, ob es auch barbarisch sei, Gedichte zu lesen. Weil Adorno sagt, es sei barbarisch, Gedichte zu schreiben, und was ist mit den Gedichten, die bereits geschrieben stehen? Also, was ist mit der europäischen Kultur? Was ist mit der Tradition, mit der Kultur bis 1933? Hat das die Lektüre dieser Gedichte, der Literatur auch verändert? Müssen wir alles uminterpretieren? Ich denke zum Beispiel, wenn ich Schopenhauer lese, zum Beispiel, und sehe, von welchem Hass er noch getrieben war, gegenüber seinen Gegnern, wie er dazu aufruft, dass man die Bücher von schlechten Autoren verbrennen soll, dann weiß ich, dass ich einen solchen Satz heute natürlich nicht mehr schreiben kann. Und ich kann auch nicht mehr mit derselben Ablehnungsenergie, mit dieser totalen, einen ästhetischen oder meinetwegen politischen Gegner abkanzeln, weil ich weiß, was nach Schopenhauer kam. Und die Relektüre eigentlich dieses ganzen Korpus der abendländischen Literatur nach der Schoah beantwortet Adorno natürlich nicht in diesem Zitat. Also ich glaube, dass dieses Zitat eine ganz andere Bedeutung hat, als die, die wir diesem Zitat beimüssen, wenn wir es wörtlich nehmen. Was Adorno sagen wollte, und ich weiß, dass ich recht habe, weil Adorno hat es später dann selbst auch in der Selbstinterpretation seines eigenen berühmten Zitats dann mehrfach betont. Was Adorno sagen wollte, ist, dass wir in der Produktion von Kultur- und Kunstleistungen nach Auschwitz nicht mehr so tun dürfen, als hätte es Auschwitz nicht gegeben. Das heißt, wir müssen das immer mitreflektieren. Und das beantwortet ja auch deine Frage. Was besagt das jetzt über das Lesen von Gedichten, die vor Auschwitz entstanden sind? Genau dasselbe. Wir können heute eigentlich, wenn wir wach sind, diese Gedichte und die Kunstleistungen der Geschichte nach Auschwitz nicht mehr so unschuldig sehen, weil wir durch Auschwitz gelernt haben, wie dünn der Lack der Zivilisation ist und wie selbst die größten zivilisatorischen und künstlerischen Leistungen nicht verhindern konnten, dass eine solche Barberei ausbricht. Das heißt, wir haben einfach, ob wir es wollten oder nicht, zunächst unseren Blick auf alle künstlerischen und zivilisatorischen Leistungen der Menschheit geändert nach der Erfahrung von Auschwitz. Und heute haben wir eine neue Erfahrung, die dazugekommen ist, nämlich, dass wir das vergessen haben, dass sich unser Blick geändert hat und dass wir heute in einer neuen behaupteten Unschuld wieder so Kunst, Zivilisation, Kultur machen können, als hätte sozusagen eine gewisse historische Distanz einen Schlussstrich unter das Verhängnis gezogen und als wäre jetzt wieder sozusagen Zivilisation im schönsten und friedlichsten Sinne möglich, wiederum so, als hätte es Auschwitz nicht gegeben. Und wenn wir heute über das Fortwirken der Geschichte, über das Nachleben und Weiterleben der Geschichte und über das immer wieder neu aufbrechen, der großen historischen Kreuzungspunkte in der Geschichte sprechen, dann muss man das mitreflektieren. Und gerade heute, wo sich zeigt, dass man das nicht verdrängen kann auf Dauer, dass es einfach wiederkommt. Und wir sehen das heute, eine neue Nationalisierungstendenz, einen neuen Nationalismus, einen neuen Rassismus, an neuen Debatten darüber, zum Beispiel Menschenrechtskonventionen entweder nicht anzuerkennen oder außer Kraft zu setzen. Und wir erleben, wie das passiert und haben nicht einmal die grundsätzlichen Informationen, mit denen, die wir bräuchten, um das angemessen diskutieren zu können, weil wir tatsächlich so vieles aus der Geschichte bereits wieder vergessen haben. Und wir wissen sogar so viel zeitgenössisch nicht. Wir diskutieren zum Beispiel über die Europäische Union und fragen uns nicht, was es bedeutet, dass England als Mitglied der Europäischen Union, als einziges europäisches Land die Europäische Menschenrechtskonvention nicht unterschrieben hat. Also solche Dinge. Warum sie das gemacht haben? Weil die haben den Commonwealth und die wollen im Rahmen ihres zweiten Vereins keine Auseinandersetzungen führen und kein Problem damit haben, dass es dort Sklavenarbeit und Kinderarbeit gibt. Also die Geschichte kommt einfach zurück. Die Geschichte lässt sich nicht verdrängen. Es bricht immer wieder auf. Und was Adorno eigentlich sagen wollte damals mit dem Zitat ist, wir dürfen das nicht mehr vergessen. Wir müssen das immer im Lichte dieser Erfahrung reflektieren und diskutieren. Und wir müssen uns immer bewusst sein, wie dünn der Lack der Zivilisation ist. Schönes, schöne Metafel. Dünner Lack der Zivilisation. Vielleicht möchte ich noch etwas dazu sagen. Ich würde aber auch ganz konkret rundherum reden, was euch alle, was eigentlich der Inputs dazu war, dass ihr euch in diesem schweren Thema ist, in diesem schweren Thema überhaupt auseinandersetzt. Also gibt es da ganz persönliche Geschichten dahinter? Ich meine, jetzt muss ich ja mal Hürden drauf machen. Also ich bin jetzt erstmal, ich schließe sozusagen jetzt einfach nochmal das erste Thema an. Und erst mal guten Tag, schön, dass Sie alle da sind. Also dieses Zitat von Adorno ist sozusagen der Klassiker bei jeder Veranstaltung zum Thema. Und mich persönlich hat das eigentlich gar nicht weiter beschäftigt, denn es gibt auch im Bereich des Films immer wieder, sagen wir mal, alle einmal 18 Jahre Diskussion über das Erlaubtsein in der Repräsentation oder Darstellung des Holocaust im Film. Also zum Beispiel als Begini Oskar gewonnen hat für, ich glaube, Ein schönes Leben, hieß das, wie hieß der Film. Und dann der Fälscher. Dann genau, weil die Frage, ob man überhaupt eine Komödie dazu machen kann. Da gibt es da Leute, die erzählen, dass es eben Rubitsch wie Orotobi schon gab. Und dann gab es eine ziemlich starke Diskussion, als Claude Lanzmann Mitte der, ich glaube Anfang der 80er, Mitte der 80er Jahre Schuhe aufgestellt hatte. Da war er auch jemand, der dann gesagt hat, man könnte den Romeroff eigentlich nicht anders darstellen, als so, wie er es gemacht hat. Und dieses Verdikt und diese Behauptung hat zu etwas geführt, was mich sozusagen beschäftigt, nämlich zu einem Anathema der Darstellung des Holocaust. Das kam dann später bei Schieders List auch wieder auf, als Lieberg sozusagen sehr explizit und deutlich sehende Gaskammer gezeigt hat. Also diese Verdikte von bestimmten Leuten führen sozusagen immer zu einer Eingängung der Sicht, darauf will ich eigentlich hinaus, und es liegt immer an uns Künstlern, oder zumindest ich für mich versuche es, diese einhängende Sicht, die irgendwelche Leute, die ich auch schätze, formulieren, aufzubrechen. Denn ich denke, dass niemand jemandem vorschlagen kann, wie sozusagen die Erinnerung erzählt werden kann, in dem Medium, das mir beschäftigt wird. Obwohl es die Kunst ist, der Film, Theater oder performative Darstellung zu tun. Und das Zweite war, wie wir dazu gekommen sind. Ja, wie wir in uns gehen. Also jetzt fange ich einfach damit kurz an. Also es ist so, das werde ich auch immer wieder gefragt. Und das ist natürlich, also ich lebe in Deutschland, aber insofern ist es ganz interessant, weil ich ja gar keinen deutschen Nachnamen habe. Und da hat das Thema sozusagen eine andere Regulenz. Und da erzähle ich eigentlich hin und wieder, dass die Themen der Vergangenheitspolitik, wie auch das Thema der Wiedervereinigung, die zentrale Themen der deutschen Innenpolitik nach 1949 waren. Und insofern ist es eigentlich das Selbstverständlichste der Welt, dass man sich als jemand, der einen nervöseren Weg weht, sich mit diesen beiden Themen, und dem einen, das jetzt noch übertrieben ist, beschäftigt. Bei mir war es eine Kaskade, eine biografische Kaskade eigentlich, die mich dazu gebracht hat. Das war nicht ein einzelnes Ereignis. Es war ein schulisches Erlebnis. In der dritten Klasse hatten wir ein Workshop zu Ruanda. Dort wurde uns Ruanda als sehr schönes, zwar armes, aber doch gesegnetes Land vorgestellt. Anhand eines Bilderbuches, Murao hieß das, ein Wurmfortsatz der schweizerischen Entwicklungspolitik, eigentlich das ideologische Instrument für die Schulklassen, um das zu legitimieren. Und ich hatte eine sehr, ich war ein bisschen verliebt in meine Lehrerin damals. Und deshalb ist das natürlich in mich hineingetropft. Und ich habe das aufgesogen. Und dieses Bild, das uns dort vermittelt wurde, in der dritten Klasse, das war für mich das Bild Afrikas, in meiner ganzen Kindheit. Das heisst, wenn ich irgendetwas gehört habe über Afrika, ist mir immer diese Familie Naimana, und ihre Kalebassen, und das einfache Leben in den Hügeln Ruandas, in die Fantasie gestiegen. Und dann musste ich aber 1994 ja feststellen, dass dieses Bild, wenn nicht falsch war, sondern doch sehr unvollständig. Denn bereits Anfang der 80er Jahre, als wir diese Projektwoche hatten, war dieses Land schwer traumatisiert, traumatisiert von der Vergangenheit, von den Massagen. Es befand sich mitten in einer Krise. Der damalige Diktator Habjali Manawa war durch einen Militärputsch an die Macht gekommen. Es gab eine Apartheid. Es gab bereits schwere Strukturkrisen durch den Sturz des Kaffeepreises. Das heisst, ein Land eigentlich mitten in einer Krise. Und davon hat unsere Lehrerin uns überhaupt nichts erzählt. Und ich hatte plötzlich zwei Bilder. und ich brachte diese Bilder nicht zusammen. Und das eine Bild war affektiv aufgeladen durch meine Bewunderung für diese Lehrerin. Und das andere entsprach offensichtlich den historischen Tatsachen. Und das hat mich nicht mehr losgelassen, diese beiden Bilder. Und eine weitere Stufe in dieser Kaskade war, dass ich dann begonnen habe, alles zu lesen, was mir über die Finger kam. Und ich stelle dann irgendwann mal fest, wie entscheidend die Rolle der Schweiz war in diesem Land seit den frühen 60er Jahren. War das eigentlich eine Kumpanei, die sich eigentlich über Männerfreundschaften etabliert hat. Der erste Präsident des unabhängigen Ruandas hat im Wallis studiert, also das College besucht. Der erste Erzbischof in Ruanda war ein Schweizer, ein Walliser. Das heisst, und die ganze Elite der damaligen Deza hat eigentlich ihre Karriere in der sogenannten Kronkolonie der Schweiz begonnen. So nannte man das intern. Und merkwürdigerweise gab es darüber nichts zu lesen. Es gab kein Buch. Und man muss wissen, nichts. Und man muss wissen, dass es damals zu Ruanda, zu der hamidischen Theorie zum Beispiel, zu der Geschichte Belgiens, Deutschlands, zu der Kolonialisierung dieses kleinen Landfleckens, Bibliotheken gab. Und kein Buch über die Schwenk. Und das habe ich sehr bewundert, muss ich sagen. Bewundert? Bewundert. Ja, weil das ist natürlich die perfekte Diskretion. Und dieses auf der einen Seite extrem einflussreich zu sein, viel Verantwortung zu tragen und gleichzeitig zu verschwinden eigentlich. Und ich habe mich dann zuerst aufgemacht in das Schweizerische Bundesarchiv und habe dann immer mehr festgestellt, dass diese Menschen, im Gegensatz zu dem, was ich dachte, also die Menschen, die dort gearbeitet haben, das waren überhaupt keine Zyniker, sondern das waren Idealisten. Und die hatten ein Menschenbild, das sich zu einem großen Teil mit meinem deckt. Und Werte, die sich mit mir decken. Solidarität, der Gerechtigkeit, Nächstenliebe im christlichen Terminus. Und gleichzeitig war die Voraussetzung für ihre Arbeit in diesem Land eine Diktatur. Sie konnten nur arbeiten dort, weil es eine Diktatur gab. Das hat mich auch sehr beschäftigt. Weil man muss wissen, dass in Ruanda zu Beginn der 90er Jahre 250 entwicklungspolitische Organisationen tätig waren. In Burundi, dem Zwillingsstaat... Ist das nicht der jetzt noch so? Nein, jetzt haben sie sich ein bisschen... Ja, jetzt ist es schwieriger geworden. Ruanda hat das auch nicht mehr nötig, weil sie sehr viel Geld machen mit den Rohstoffen im Ostkongol. In Burundi, im Nachbarland, gab es ein Dutzend. Warum gingen alle nach Ruanda und keine ging nach Burundi? Weil Burundi war einfach nicht sicher. Und Ruanda war sicher. Das heißt, es ist eine Grundvoraussetzung, um entwicklungspolitisch tätig zu sein, dass man beim Bau eines Brunnens beispielsweise nicht erschossen wird. Und es ist die Eigenschaft einer Diktatur, eines Polizeistaates, dass sie sehr sicher sind. Deutschland 1934 war ein äusserst sicheres Land. Außer für die Juden, die Kommunisten, die Schwulen, die Zigeuner, für Nazis, die konnten Tag und Nacht ihre Fenster offen lassen. Und dass man eine Voraussetzung, die eigentlich im Widerspruch steht, zu den eigenen Idealen akzeptieren muss, um überhaupt dort zu arbeiten, das schien mir ein Spalt zu erfordern, ein Spalt im Bewusstsein. Und deshalb bin ich so ausführlich. Ich glaube, mir ging es nie darum, ein historisches Ereignis nachzuerzählen. In meiner Literatur, das interessiert mich nicht. Mir ging es immer darum, mit meiner Literatur, mit dem Imaginationsraum, an einen Ort zu gelangen, wofür es keine Zeugnisse gibt, wofür es keine Dokumente gibt. Und für diesen Spalt im Bewusstsein dieser Menschen kann es offensichtlich keine Dokumente geben, weil ein Spalt ist definiert durch nichts. Und für mich ist die Literatur, die Kunst, nicht ein Mittel, um irgendetwas nachzuerzählen, sondern um ein Wissen zu schaffen, wo es keines gab. Das ist die selbe Frage. Ja, es geht nicht einfach persönlich drüber. Mir wundern immer zwei Sachen. Mir wundert die Frage und mich wundert auch, dass es objektive Gründe dafür gibt, sie zu stellen. Weil ja wirklich heute eine so weit verbreitete Ignoranz herrscht gegenüber der Beschäftigung mit Geschichte, so kann man es sagen. Man kann auch sagen, mit der eigenen Gewordenheit. Mit woher kommen wir und wohin gehen wir. Weil ich glaube nämlich, also zumindest für mich war das ja so ziemlich schnell klar, dass jeder Mensch auch deshalb eben ein Mensch ist und kein Tier, weil er sehr früh und immer wieder nachhaltig die Erfahrung eigentlich macht, dass es eine Zukunft gibt und dass es Geschichte gibt. Jedes Kind ist einmal ein Utopist. Als Schüler fragt man sich, wie wird es sein, wenn einmal die Schule endlich vorbei ist. Und man malt sich das aus. Das sind die ersten Skizzen eines utopischen Denkens. Und dann später, in mittleren Jahren, dann beginnt man plötzlich zu begreifen, wirklich also ganz, ganz niederschmetternd, auf niederschmetternde Weise, es gibt Geschichte und Geschichte verwüstet. Ich bin nicht mehr so biegsam wie früher. Früher gab es Telefonzellen, da gibt es keine Telefonzellen mehr. Also es gibt unheimlich viele so Beispiele, an denen man ununterbrochen täglich die Erfahrung macht. Es gibt Geschichte. Und dann überlegt man sich, wie wird mein Alter sein? Da ist man wieder bei der Utopie. Also jeder Mensch ist per Definitionen als menschliches Wesen gleichermaßen Historiker und Utopist. Das gehört sozusagen zur Biologie des Menschseins. Zur Biologie des Menschen als gesellschaftliches Wesen gehört dann eben auch die Neugier dahingehend, wie haben meine Eltern, meine Großeltern gelebt? Oder was haben die Großeltern mir erzählt? Oder wie kann ich das dann später verstehen, wie sie gedacht und gehandelt haben? Und als gesellschaftliches Wesen denkt man auch in Fragen des utopischen Fantasierens dann auch daran, wie könnte es möglich sein, dass ich zum Beispiel jetzt als Vater relativ großes Vertrauen darauf haben kann, dass auch meine Tochter in einer friedlichen Welt lebt. Das heißt, wie immer wir das drehen und wenden, der Mensch ist in jedem Augenblick zu eines Lebens Historiker und Utopist. Und jetzt bin ich Schriftsteller. Und das heißt, ich habe keinen bürgerlichen Beruf gelernt. Also ich kann mich jetzt in keinem bürgerlichen Beruf vergessen. Ich kann jetzt nicht jeden Tag in der Früh zur Arbeit gehen und am Abend nach Hause und eigentlich mich darin erschöpfen. Und man beginnt dann eben das zum Hauptberuf zu machen, was eigentlich Wesen jedes Menschen ist. Historisch und utopisch und utopisch zu denken. Und mich hat das früh und immer wieder beschäftigt und interessiert und dann vor allem schon in der Schule und dann später im Studium, weil ich mich mit Literatur beschäftigt habe, man kann sich eigentlich nicht über, wenn man über das hinauskommt, dass man mal in den Ferien ein Buch liest, sondern wenn man sich zum Beispiel wirklich mit Literatur beschäftigt und immer systematischer liest, dann ist man plötzlich in einem Gedankengebäude, bewegt man sich in einem Gedankengebäude, das heißt Literaturgeschichte. Und da ist man wieder beim Historischen. Die Literaturgeschichte. Dann auf einmal begreift man, dass die großen Schriftsteller, die großen Dichter immer etwas über ihre jeweilige Lebenszeit ausgesagt haben, dass wir daraus etwas lernen, wie es gewesen ist, also praktisch der Anspruch der Historiker und wir aber in Summe etwas begreifen von unserer eigenen Gewordenheit. Und damit war ich in dem Thema drinnen. Und bei allem, was ich gemacht habe als Schriftsteller, das hat immer diese Dimension gehabt. Ich werde immer interessiert, wo komme ich her? Und ich habe immer versucht, mir vorzustellen, wie soll es sein? Das ist manchmal naiv, also was ich, mit 23 bin ich mit der roten Fahne als Spitzenkandidat der trotzkistischen Partei in die permanente Revolution marschiert, die am Wahltag gescheitert ist. Damals haben wir auch aber historische Momente nachgespielt im Sandkasten, das waren ja Lehrjahre. Wir haben in den 70er Jahren auf der Universität die 30er Jahre in Moskau, die Aserandersetzung und Trotzkistalin einfach nachgespielt. Wir haben das zwar noch nicht so gesehen damals, aber es war so. Aber man lernt... Kann man sich das vorstellen, das Nachspielen? Du, allein nicht die ganzen Parteispaltungen, die wir gemacht haben. Das waren Zäuberungsaktionen. Wenn damals es möglich gewesen wäre, hätten sie mich erschossen, wegen Linksabweichung oder irgendwas, so wie der Stalin den Trotzkirr erwartet hat. Wir haben das heute irgendwie im Sandkasten nachgespielt. Wir haben aber auch verstehen wollen, wie war das möglich, dass so eine Welt, wie sie Stefan Zweig beschrieben hat, so dermaßen kampflos und sang- und klanglos untergehen und in der größten Menschheitskatastrophe der Geschichte enden kann. Und wie ist es möglich, dass kurz nach dem Erwachen aus der Katastrophe so viel von dieser Katastrophe schon wieder möglich war, zu verdrängen? Man kann heute irgendein Mensch auf der Straße fragen, wann wurde das Visum eingeführt? Die Idee des Visums und des Passes, wann ist das zum ersten Mal in Europa da gewesen? Weiß das jemand? Ja. Von der Vorbesprechung? Nein, aber weiß das jemand? Nein, 1914. Nein, der Pass wurde aber erst von 1919. Aber das Visum als erste Form des Passes und die Visumspflicht beim Überschreiten von damaligen nationalen Grenzen, die erst errichtet wurden, 1914 mit Ausbruch des Krieges. Und vorher ist man in Europa von Coimbra bis Riga konnte man reisen, ohne dass irgendwer aufgehalten hat, ohne dass irgendwer was kontrolliert hat. Und jetzt erst langsam kommen wir wieder zu diesem Punkt und kaum nähern wir uns wieder diesem zivilisatorischen Glückspunkt, stehen schon der Massen auf und sagen, wir brauchen Grenzkontrollen, wir brauchen Zäune, wir brauchen Visumpflicht und so weiter. Das ist doch verrückt. Wieso ist es möglich, dass das alles immer so schnell in Vergessenheit gerät? Und auf der anderen Seite, was mich seit langem beschäftigt, wenn ich das mal sagen kann, weil ich glaube, dass es ein interessantes grundsätzliches Beispiel ist. Ab wann ist überhaupt etwas Geschichte? Wenn wir reden über das Fortleben der Geschichte, dann muss man mal definieren, ab wann ist überhaupt etwas Geschichte? Zum Beispiel im 17. Jahrhundert, spanische Inquisition. Die spanische Inquisition hat am damaligen Stand der europäischen Bevölkerung sechs Millionen Menschen ermordet. Aber jetzt reden wir mal nur über die magische Zahl sechs Millionen, ich muss das jetzt nicht erklären. die Juden vertrieben, die Mauren vertrieben von der iberischen Halbinsel, hat die Infrastruktur von halb Europa zerstört, Europa ist in Schutt und Asche gelegen, es sind Jahrzehnte der Misere entstanden und dann hat sie das nach und nach erst wieder rekonstruiert und es wurde Geschichte. Aber im Grunde kann man sagen, dass alle heute in Spanien, 80 Prozent der heute in Spanien lebenden und Portugal lebenden Menschen sind Nachfahren von, ich sage es einmal Kesso, von Arisierern, von Menschen, von Vorfahren, die die Juden rausgeholt haben, sich deren Vermögen angeeignet haben, ihre Villen, ihre Häuser, ihre Wohnungen besetzt haben, ihr Gold, ihre Kanzleien, ihre Unternehmen, ihre Banken. So, aber kein Spanier geht doch heute gebeugt mit der Stirn am Boden, sich selbst flagellierend durch die Gegend, vor der Siesta und nach der Siesta und sagt, wir Spanier müssen da besonders sensibel sein, weil wir haben ja dieses große historische Verbrechen zu beantworten. Das heißt offenbar so 350 Jahre lang genug, dass etwas wirklich in die Geschichte absinkt und zumindest keine Konsequenzen mehr im Fortleben bedeutet. 70 Jahre Untergang des Nazireichs sind offenbar nicht lang genug, weil das kommt immer wieder hoch noch. Selbst wenn der deutsche Finanzminister die Misere der griechischen Rentner beschließt, gibt es sofort Nazi-Hakenkreuze und Merkel mit Hitler-Bärtchen und halb das aufgeklärte Deutschlands sagt, das ist ganz furchtbar, wir hätten das nie machen dürfen, wir müssen besonders sensibel sein, wir haben diese historische Last und diese historische Verantwortung. 70 Jahre ist so kurz, 53 Jahre, irgendwo dazwischen beginnt der Punkt und das hat mich immer interessiert, wann ist das? Wo ist dieser Punkt? sagt, es ist doch immer schneller, dass es eine sich beschleunige Spirale ist, dass die Gesellschaft immer armetischer wird. Also, das ist jetzt eine These, die ich auch aufgehalten habe, einmal mehr, aber die Geschichtsschreibung vor 400 Jahren wird da anders stattgefunden haben als jetzt, statt die 120. Jahre. Zeitgeschichtsschreibung ist ein Fach, das hat abgedankt. Das war ein Anspruch noch bis in die 60er, 70er Jahre in Europa, da wurden diese ganzen zeithistorischen Institute gegründet, auch in den Universitäten. Da hat man wirklich das Fach Zeitgeschichte etabliert, heute hat das Fach schon wieder abgedankt. Sie brauchen immer den heutigen Blick lesen. Haben Sie heute den Blick schon gelesen? Da drinnen sind zwei Seiten mit einem Herrn Professor für Zeitgeschichte, eh schon emeritiert. Und wenn Sie so richtig mit wollüstigen Entsetzen zwei Seiten Unsinn lesen wollen, das zu dem Thema, dann müssen Sie diese Zeitung lesen. Zusammen ist das verstanden? Er interpretiert Zeitgeschichte so, dass er zum Beispiel sagt, anlässlich des Merkel-Besuchs in der Schweiz sagt er, ja, Schweiz und Deutschland sind ja so vernünftigerweise Bündnispartner, weil die Deutschen uns ja so schön vorzeigen, dass die Nation nicht untergehen kann. Die Nation wird nicht sterben, EU ist problematisch, EU ist ein Problem, aber die Deutschen zeigen ja, dass man das eigentlich so, dass eine Nation Führungsmacht sein kann oder dass es sinnvoll ist, wenn eine Nation sich auf viel stärken und so weiter. Also, der hat von 60 Jahren, also das ist ja Zeitgeschichte, die letzten 60 Jahre europäische Entwicklung vollkommen verschlafen oder nicht verstanden. Er hat zum Beispiel auch nicht einmal gewusst, dass in den Gründungsdokumenten der römischen Verträge, in den Zeitletters der römischen Verträge Jean Monnet noch extra hineingeschrieben hat, die Absichtserklärung, das Ziel des europäischen Einigungsprozesses ist es, auf alle Zeiten zu verhindern, dass Deutschland oder eine andere Nation, in Klammer, wie jemals wieder einen Führungsanspruch in Europa stellt. Und das ist Zeitgeschichte, solche Dokumente zu kennen. Und Zeitgeschichte, das ist für jeden historisch interessierten heute der größte Frust. Also mir ist gerade zur Verteidigung dieses Professors eingefallen, dass er ja eigentlich recht hat, die Nation stirbt tatsächlich nicht, obschon sie schon lange tot ist. Und diese Rückzugsgefechte eigentlich, die wir ja erleben, diese Renationalisierung, diese Idee, dass man sein Schicksal innerhalb der Landesgrenzen irgendwie noch frei bestimmen kann, das ist tatsächlich sehr langlebig. Und ich weiss auch nicht genau, warum das so konsistent ist und was für die Menschen so entscheidend ist, ein Staatsbürger zu sein. Warum im Sport zum Beispiel dieser Nationalismus immer noch Urstände feiert, das habe ich auch nie verstanden. Liegt vielleicht auch, ich weiss nicht, was da zuerst war, dass man als Künstler natürlich in ganz anderen Räumen lebt, in ganz anderen kulturellen Räumen, in Vorstellungsräumen, wo die nationalen Grenzen eigentlich keine Rolle spielen. Das heisst nun nicht, dass es unter den Schriftsteller keine Nationalisten gegeben hat, das ist leider nicht der Fall, nur ist korrespondiert die Literatur natürlich über die Grenzen hinweg, auch über die Sprachgrenzen und über die kulturellen Grenzen. Ich möchte auch noch etwas zur Verteidigung der Frage von Katrin Nug anführen, weil es ist natürlich schon eine gute Frage, warum gerade ich, warum maße ich mir an, eine solche Menschheitskatastrophe, ein solches Jahrhundertverbrechen in ein Buch zu fassen, was befähigt mich dazu, wie rechtfertigt sich das? Und die Antwort ist eigentlich einfach nichts. Es ist nicht so, dass ich irgendeine bestimmte ... ein bestimmtes ... Entschuldigung, bin ich da neu, also ich erwarte nicht, dass ich größer für ihre Arbeit rechtfertige. Ich glaube, sie haben ihre Passion gewählt, weil sie sich eben nicht rechtfertigen müssen. Ja, nicht vor anderen, aber von mir selbst muss ich mich natürlich durchaus rechtfertigen. Vor allem muss ich mich auch rechtfertigen, wenn ich dann nach Ruanda reise und die Spuren sehe in diesem Land und die Überlebenden sehe und auch einige Mörder sehe. Das ist jetzt der Fiktionalisierung nicht vollständig zugänglich. Ich kann da nicht so, wie ich will, irgendwelche hübschen Geschichten erfinden, nur damit sich bildungsbeflissene Menschen deutscher Sprache daran delektieren können. Das geht nicht. Und es geht nicht, weil es so etwas gibt wie eine Scham, glaube ich. Und Scham ist für mich ein wichtiger künstlerischer Impetus. Die Scham, die mich befällt, wenn ich darüber schreibe. Und es ist zwingend, dass ich eine Form suche, die dieser Scham gerecht wird und die diesen Menschen, die das erleben mussten, auch gerecht wird. Und ich weiß, das wird niemals möglich sein. Es bleibt immer eine Anmassung. Und dieses Trotzdem ist für mich ganz wichtig, dass ich es trotzdem versuche. Genau aus diesem Grund rein. Natürlich versinken die Dinge sehr schnell, ich weiß nicht genau wo. Unter der Erde. Ja, wahrscheinlich. Sie versinken sehr schnell. Und dann bauen sie Häuser da auf, wie wir in deinem Film sehen. Und es ist natürlich eine der Privilegien des Künstlerseins, des Erzählens, des Geschichtenerzählens, des Geschichteerzählens, dass man sich nicht damit abfindet, dass die Toten nicht tot sind. Ich würde gerne noch bei dieser Thematik der Scham anknüpfen. Und da wird es nicht so auch. Und dem Baden zu dir überleufen. Ich finde, das Land der Vernichtung ist ja in dem Sinn ein, also das mit der Frage zu Lars Mann, der Bezug muss ich nicht mehr stellen, in dem Fall. Aber, dass du diesen Film ohnehin gekannt hast, aber was da mich, anders als bei Lars Mann, sehr gepackt hat. Also ich meine, das Land der Vernichtung ist wunderbar wichtig und jedem zu empfehlen, sich anzuschauen, aber was da dazu kam jetzt beim Land der Vernichtung ist, dass du ja tatsächlich mit Leuten sprichst, die keine Zeitzeugen sind. Also das ist die Frage nach, wie, also das ist das Schamgefühl, das die Leute da haben, wie können sie sich überhaupt mit dieser Geschichte identifizieren oder nicht und den Prozess, den du da aufzeigst, wo eigentlich im Verlauf des Gesprächs, das du mit ihnen führst, überhaupt Sachen wieder an die Oberfläche kommen. Und dann, also dieses Hin und Her, diese Ungewissheit, da hätte ich gerne ein bisschen mehr noch von dir gehört, wie das für dich selber auch beim Prozess der Entstehung der Arbeit und ich meine, das ist bei unserer Arbeit sicher ähnlich. Ich nehme mir nicht an, dass ihr euch nicht nur konsultiert, sondern immer auch mit den Menschen spricht und ja, ich würde gerne da noch. Okay, also vielleicht ganz kurz, Land der Vernichtung ist ein Dokumentarfilm, den ich eigentlich in Vorbereitung für ein Spielfilm gedreht habe. Und wenn ich zum Spielfilm habe, habe ich eben 45.000 Blätter Strafakten in der Hamburger Staatsanwaltschaft ausgewertet, um mein Drehbuch daraus zu konzipieren, ein Spielfilm. Und das heißt, ich hatte schon mehrere tausende Seiten gelesen, bevor ich zum ersten Mal an diese Tatorte oder die Aufenthaltsorte oder Verbrechensorte des Materions in Südostpolen gefahren bin. Und die Idee war, dass ich ganz alleine da hinfahre, also nicht sozusagen vorbereiteter Produktionsdreh, so wie man das halt kennt, dass dann Aufnahmeleiter ist, dass dann Versetzer dabei ist, der polnisch kann und so weiter. Sondern ich habe gedacht, ich habe sozusagen über dieses Material ein Wissen, was in einem kleinen Ort wie Turobien passiert ist, was im Wald bei Romaji und Josefo und was weiß ich passiert ist. Und jetzt will ich einfach sehen, ob ich diese Orte auffinden kann und ob Leute dort sind, die mir dazu was erzählen können. Und ich kann natürlich auch kein Polnisch. Und das war sehr, sehr interessant, weil erst mal für die meisten Leute dort, denen ich begegnet bin, ich eigentlich irgendjemand sein konnte, dessen Familie dort irgendeinen Bezug hat zu dem Ort. Und das Zweite war, dass die mir immer dachten, dass ich eben auch aus Israel komme. Das heißt, Leute, die sich eigentlich dafür interessieren, sind also entweder Leute aus Israel oder Menschen, die irgendwie ihre Familie dort hatten. Und dass aber jetzt jemand, der keins von beiden war, sondern sich einfach irgendwie dafür interessierte, das war erst mal in ihrem Narrativ gar nicht enthalten. Und das Zweite war, dass wir durch diese nicht optimale Kommunikation, wir uns trotzdem sehr gut verständigen konnten. Und erst im Prozess der Übersetzung im Schneideraum, durch die Untertitelung, habe ich dann eigentlich die wahren Geschichten verstanden, die die Leute mir erzählt haben. Und das ist natürlich ein, ich sag jetzt mal, vielleicht ein bisschen präsentierterer Art, freier Zugang zu diesem Menschen. Das heißt, ich wollte nicht etwas ablesen für meinen Film, sondern ich wollte erfahren, was ich begegnen kann, was ich da anreifen kann. Und das ist halt jetzt in Bezug auf die Filmsprache und die Filme erzählen musste, die wir gewohnt sind, für die Besucher der Berlinale, der Film lief 2004 dort, war das sozusagen eine Unverschämtheit. Das heißt, es ging so weit, dass man nicht genau bei einer Zeitzeugung, das gibt es ja wohl eine Zeitzeugung, das ist eine ältere Frau, die an dem Ort, an dem sie sozusagen, das ist ein Haus, und das war früher, wurde das von der Gestapo als Gefängnis benutzt und sie war als 16, 17-Jährige mehrere Tage in diesem Kellergefängnis eingesperrt. Und später, als dann diese Wohnungszuteilungen nach dem Krieg stattfanden, wurde sie mit ihrem Mann wieder an diesen Orten der Pein zugewiesen und lebt dort seit über 20, 25 Jahren. Und diese Kommunikation mit ihr war dann sozusagen für die meisten Besucher quasi eine Zumutung meinerseits ihr Gegenüber. Also diese Art von Sprache und Spurensuche, wie ich immer man das nennen will, das ist halt etwas, was ich seitdem auch nicht jetzt oft gemacht habe, aber was immer wieder auftaucht, dass Leute dann mir vorwerfen, dass das gar kein Film sei und so könne man keine Filme machen, bedeutet immer im Umkehrschluss, dass es ein ganz bestimmtes Narrativ gibt, wie etwas zu sein hat und wie auch etwas erzählt werden muss. Und in Bezug auf Zeitgeschichte oder wie man mir neuere oder neueste Geschichte, da bin ich halt jemand, der sehr, sehr achtsam ist, wie das passiert, weil ich halt denke, dass wir das sozusagen nicht den Haupterzählern im Fernsehen überlassen dürfen, wir als Künstler. Sonst würde ich gerne sagen, dann schreibe ich es zur nächsten Frage über. Danke, das ist ja alles wahnsinnig spannend. Ich habe jetzt ein bisschen den Faden verloren, was meine, wie es da trifft, aber gerne möchte ich den Gedankengang in die Runde werfen, dass Erkennungsprozess immer vor dem Harnungsprozess stehen muss. Dazu möchte ich gerne eine Passage aus deiner jüngsten Sammlung zitieren, aus Freiheit und Wahrhaftigkeit. Vielleicht sehnen sich die Menschen weniger nach Freiheit als nach Wahrhaftigkeit. Nicht danach, die Wahrheit zu definieren. Sie sorgen sich um den Anteil der Übereinstimmung zwischen gedanklich Begrifflichkeit, der gedanklich Begrifflichkeit und dem, was ich zu sagen in der Lage bin. Je größer diese Übereinstimmung ist, desto freier wird sich der Mensch fühlen, egal von welchen Zwecken er tatsächlich herstellt. Also diese Begriffe von Wahrheit und Freiheit, du hast es eigentlich mit diesem Deckung von was du in der Schule, ich muss mich korrigieren, dass ich das falsch verstanden habe, also Wahrheit, also das Denken von was man erzählen bekommt und was man spiegelt erlebt, ich glaube, das ist zwar eine Situation, aber ich will in der Regel, wo ich alle wieder diese Diskussion rund um den Begriff der Wahrheit und Freiheit, wie das und diese Übereinstimmung in die Runde werfen kann. Also es ist ja doch auch ein Begriff jetzt, wenn man schon von Wertegarten in Europa spricht, ist diese Freiheit natürlich schon gar nicht wichtig, scheint es einem. Und gleichzeitig haben wir auch sehr viele Freiheiten in den letzten Jahren aufgegeben, zum Beispiel sicherer zu sein, Stichwort biometrische Daten und so weiter und so fort. Ja, also das ist vielleicht ein bisschen eine offene Frage. Ja, also ich werde versuchen dazu noch etwas zu sagen, damit das vielleicht der Zusammenhang noch deutlicher wird. Es ging mir hier um eine bestimmte Definition des Freiheitsbegriffes. Und Freiheit, so wie wir das in der letzten Zeit gesehen haben, war eigentlich nicht etwas, das uns zu einem Handeln befähigen sollte, sondern eigentlich ein quasi religiöser Begriff. Niemand wusste eigentlich genau, was damit gemeint ist im Neoliberalismus. Er wurde nie irgendwie zu einer Handlungsmaxime eigentlich, sondern als Begriff, den man im Unklaren ließ. Und ich glaube, wenn ich jetzt mein Leben anschaue, dann fühle ich mich eigentlich grundsätzlich nicht frei. Und ich finde es gar nicht schlimm, dass ich nicht frei bin. Ich lebe in Abhängigkeiten mit anderen Menschen. Ich bin abhängig davon, wie es meinen Liebsten geht, wie es an anderen geht. Der vollständig freie Mensch ist der vollständig einsame Mensch. Und die Wahrhaftigkeit, wenn ich die Möglichkeit habe, eine Sprache zu entwickeln oder mit meiner Sprache etwas aussagen zu können über meine spezifische Unfreiheit, dann habe ich die Möglichkeit, mich zu befreien davon, um natürlich dann in eine andere Abhängigkeit zu kommen. Deshalb ist eigentlich die Quintessenz dieses Essays, dass wir nicht frei sein können, aber wir können uns befreien. Das heißt, dass es in einem Prozess ist. Und vielleicht noch um den dialektischen Bogen zum Thema von heute Abend zu finden, ist dort natürlich immer genau die Frage, ist nicht nach der Wahrheit, sondern nach der Wahrhaftigkeit der Zeugenschaft eigentlich. Und diese Zeugenschaft ist etwas sehr Kostbares, glaube ich. Und deshalb, glaube ich, gibt es auch eine, wie ich das schon gesagt habe, es gibt eben natürlich nicht eine Möglichkeit, um über die Shoah zu reden, um Filme zu zeigen. Aber ich glaube, eine gewisse Haltung ist Voraussetzung. Und diese Haltung hat damit zu tun, dass... Das ist auch in einem dialektischen Zusammenhang. Weil auf der einen Seite gibt es natürlich etwas, das uns eigentlich daran hindert, aus der Sicht der Opfer dieses Geschehen nachzuempfinden, wie es tatsächlich war. Das sollte aber nicht dazu führen, dass wir glauben, es sei unvorstellbar. Ich bin auch damit aufgewachsen, mit diesem Schutzwahl, dass ich gehört habe, immer wieder, es ist unvorstellbar, was dort geschehen ist. Ist es eben nicht, denn wenn es unvorstellbar wäre, dann hätte es nie stattgefunden. Unsere Welt ist gebaut aus Vorstellungen. Jedes Haus, jeder Tisch, jede Waffe, jede Tat gab es, bevor sie in die Tat umgesetzt wurde, in einem Bewusstsein, in einer Vorstellung. Und deshalb, glaube ich, ist die Aufforderung auch an die Kunst, dass sie vorstellt und vorstellbar macht, absolut entscheidend in diesen Dingen. Weil sonst kommen wir wieder an einen Punkt in unserer Geschichte, wo das Vergessen nicht nur ein Vergessen wird der Vergangenheit, sondern ein Vergessen der Gegend. Ich glaube, ergänzend dazu, die Frage ist ja auch nur die, inwieweit jemand bereit ist, sich überhaupt auf etwas einzulassen, was unangenehm ist. Ja, also wie bleibt es von bereit, sozusagen eine unangenehme Erzählung an sich heranzulassen. Und ich will einfach mal ein konkretes Beispiel geben. Ich habe 2005, 2006 auf dem Höhepunkt des ersten Karikaturenstreits einen Film präsentiert, mit Manfred Zapatka als Vortragenden, wo wir zwei reden, eines anaphistischen Imams aus dem Jahr vom Januar 2000, die er in der Hamburger Al-Kutz-Moschee gehalten hat, in der Atta und seine Truppe und seine Freunde da regelmäßig hingegangen sind. Und diese beiden Texte haben wir aus dem Arabisch ins Deutsch übertragen und von Manfred Zapatka vortragen lassen. Das haben wir dann bei der Berlinale 2006 gezeigt. Und bei diesem Prozess war es halt immer so, dass dann jeder, der mich davon erzählt hat, meinte, super, dass das jemand mal macht und so weiter und so fort. Das war eigentlich, weil es nicht aufmuntert, sondern es war immer klar, dass etwas delegiert wird. Also es ist gut, dass einer das macht. Und später, als der Film dann irgendwie ja danach im Kino war, war von diesen ganzen Freunden eigentlich fast niemand mehr da. Und in der Film haben wir auch keine Zuschauer gehabt, aber das will ich halt damit sagen. Also, es ist einfach immer zu sagen, hey toll, dass jemand sich selbst aber sozusagen nach zwei Stunden die Rhetorik eines anaphistischen Imams einzulassen, damit man überhaupt mal diese Bindung dieses Menschen versteht und auch erkennen kann, warum es überhaupt nicht kompatibel ist mit unserer demokratischen Reform. Etwas, was bis heute ja sozusagen virulentes Thema ist, das ist halt ganz gering. Und da sind dann eigentlich bestimmte Leute, die das halt wirklich regelmäßig machen. Also ich muss schon unterscheiden, es gibt Künstler, die machen dann irgendwie einen Film oder irgendein Produkt zu einem bestimmten Jahrestag und es gibt andere, die sich regelmäßig damit beschäftigen. Und mich interessieren eigentlich nur die Leute, die sich regelmäßig damit beschäftigen. Und dieses regelmäßige Beschäftigen damit führt auch, und das soll jetzt nicht so sozusagen nur mitleidern, aber es führt in so eine ruhige Isolation. Und dazu gehört halt immer, dass man aufgewundert wird, das zu machen. So, das ist ein Programmier. Zum ersten Mal in einer langen, langen Freundschaft muss ich dir wirklich vehement widersprechen. Mehrmals, aber zwei wichtige Punkte. Das eine ist, du sagst, also Freiheit ist ein Begriff, vor allem neoliberal immer wieder propagiert, aber nie wirklich definiert. Die haben das nicht definiert. Also die wissen genau, was unter Freiheit zu verstehen ist, in dem Sinn, wie sie es meinen. Und das können Sie zurückführen, Ihren Freisbegriff können Sie zurückführen auf die französische Revolution. Freiheit der Finanzströme, Gleichheit der wahre Arbeitskraft, Brüderlichkeit und der Preisgestaltung. Das ist eine klare Definition. Und das Interessante am Neoliberalismus, wie immer Majestät definiert am Ende, weil das Interessante ist ja, dass die ja, sie untereinander zum Beispiel gar nicht einig sind, wie sie ihn so definieren, dass er wissenschaftlich hält, aber das ist egal, solange er für sie in der Praxis hält und funktioniert. Aber das Interessante am Neoliberalismus ist, dass er einen Interessantens für Blü hat für die Bevölkerung. Man sagt der Bevölkerung, wenn du so etwas mehr hast, ist es doch besser, als wenn du nur eins hast. Der Plural ist immer besser als der Singular. Und das haben schon alle einverstanden. Und da haben sie es schon. Weil dann sagen sie, okay, du hast nur eine, Freiheit ist im Singular. Brauchst du nicht, ich gebe dir Freiheit hin, im Plural. Und das ist ein unfassbarer Trick. Und den hat schon Nestrol im Vormärz, nach der Niederschlag und der 48er Revolution, hat schon Nestrol gesagt, es ist etwas Vertragtes mit der Freiheit, das im Plural immer viel weniger ist, als im Singular. Und so funktioniert der Neoliberalismus. Und es kommt aber etwas dazu, das ist die zweite Zangenbacke sozusagen, in dieses ganzen Systems. Das Ganze würde sozusagen, jetzt auch im Hinblick auf unser Thema, im Hinblick auf die zeitgenössische Gestaltung unseres Lebens usw. auch nicht unbedingt so funktionieren, weil ja die Menschen Erfahrungen machen. Und irgendwann müssen sie doch die Erfahrung gemacht haben, ich habe immer mehr Freiheiten. Und zum Beispiel die vor 20 Jahren unvorstellbare Freiheit, plötzlich zwischen 35 Joghurtsorten im Supermarkt zu wählen. und musste mich früher, was waren das für Zeiten zwischen drei großen Molkereien, da durfte ich mich nur entscheiden. Also, aber irgendwann einmal machen doch Menschen die Erfahrung und sagen irgendwie, ich bin nicht glücklich, mir geht es nicht besser, es gibt Dinge, die sind plötzlich verboten, reguliert oder sonst irgendwie, es sind mir nicht mehr möglich. Ich suche jetzt mehr Freiheiten, aber auch gleich mehr Angst. Ich habe Angst vor Fremden, ich habe Angst vor Verlust des Arbeitsplatzes. Ich habe vor unmittelbar gar nicht Angst. Früher habe ich nur gehabt, ich habe Freiheit, aber ich habe weniger Angst gehabt. Jetzt habe ich plötzlich so viele Freiheiten, dass ich eine große Zeit dieser Freiheiten bereit bin, wieder aufzugeben, wenn ich mir dafür mehr Sicherheit gebe. Also, die Menschen haben keine Erfahrungen. Und wieso führen diese Erfahrungen nicht dazu, dass wir immer mehr Menschen das wieder in Frage stellen? Und jetzt sage ich dir, woher das kommt. Und du sagst, das muss alles vorstellbar sein. Und ich sage dir, das meiste ist eben nicht vorstellbar. Und darum funktioniert das System. Es braucht Empathie. Empathie ist etwas extrem menschliches. Es gehört zum Idealbild des entfalteten Menschen, des entfalteten Individuums. Ein Mensch, der nicht empathisch ist oder überhaupt kein Talent hat zur Empathie, ist eigentlich kein ganzer Mensch. Und jeder, der schon mal bei einem Hollywood-Schinken spätestens beim Ich-liebe-dich, dass sich zwei sagende große Widerstände überwinden mussten, ein bisschen zu weinen beginnt im Dunkel des Kinos, glaubt er den Empathie. Und er ist schon wieder ein Rotter. Weil er kann mitfühlen mit einer Abstraktion, aber nicht mit konkreten Erlebnissen und Erfahrungen und konkreten Individuen. Und das ist ungefähr so, wie dieses, ich muss dir was gestehen, ich habe Krebs und morgen beginnt meine Chemo. Wenn das wahr wäre, du könntest nicht damit umgehen. Du könntest dir auch nicht vorstellen, was das jetzt für mich wirklich bedeutet. Aber es geht um Sachen, die über das Individuelle hinausgehen, über Leiterfahrungen, die wirklich dann wieder kollektiv werden. Umso weniger Empathie haben wir. Und ich behaupte zum Beispiel um das zu illustrieren. Ein Mensch, der nie befürchten muss, vertrieben zu werden und flüchten zu müssen und in dessen Familie es über fünf Generationen keine Exil, Flucht oder Verfolgungserfahrung gibt, weiß nicht, was es heißt zu flüchten. Aber es steht ja vor, Auschwitz. Du kannst dir nicht vorstellen, was Tod ist oder Sterben wirklich bedeutet, bis du selbst so weit bist. Das ist ja von Sigmund Freud ja wunderbar erklärt worden. Zum Beispiel, man kann sich alles Mögliche vorstellen. Wie funktionieren Träume? Wieso kann man träumen, dass man von einem Hochhaus runterfliegt? Weil jeder Mensch ist schon von einem Meter runtergesprungen. Im Traum tut man das nur verlängern. Aber noch nie ist im Traum einer aufgeprallt. Weil noch nie ist jemand ein bisschen gestorben. Verstehst du? Und das ist der Unterschied. Und in Auschwitz war nichts anderes als Vernichtung und Sterben. Und deswegen kann man es sich wirklich nicht vorstellen. Deswegen kann es sich keiner vorstellen. Und deswegen scheitert auch das bisschen Empathiefähigkeit, was Menschen heute noch vielleicht haben, scheitert genau an dieser Grenze. und deswegen ist es schon wieder leichter für viele Menschen, ihre inneren Ängste, ihre Unsicherheiten, also alles, was sich da in denen seelisch anstürmend abspielt, eher schon wieder faschistisch zu äußern, weil da ist man wenigstens ein Herrnmensch, was einen erhebt ein bisschen aus der Angst, als empathisch zu äußern. Empathisch heißt, sich es vorstellen können, und das geht nicht. Also, ich würde kurz drauf eingehen. Wir kennen uns noch nicht, aber das war es nicht. Das Problem, als es ja nicht Vorstellbarkeits behauptet, und ja immer wieder auftaucht, in wiederform, gerade ich komme schon raus, hat ein bisschen problematische Ausläufe bekommen. Das bedeutet, dass man sich bequem machen kann, um zu sagen, also man kann dann sagen, naja, wenn es sich nicht Vorstellbar ist, brauche ich erst auch gar nicht anfangen, mir dann überhaupt die Wildzut davon zu machen. Und ich glaube, dass jeder, der sozusagen physisch diese Zeit gar nicht erleben konnte, oder er in Tat, soll schon auch die Möglichkeit haben, sich davon Wildzut machen zu können. Weil es so bestimmt ist, ich möchte damit Klamis verstehen. Ich kann ja nicht darüber in Anführungszeichen, dass ich nicht dabei war, nur trotzdem möchte ich mir von jemandem diktieren lassen, ob ich mir ein Wildzut davon machen darf, und in welcher Form. Und ich glaube, wichtig ist immer wieder zu erleben, dass man ja nicht ein Buch lesen muss, um es irgendwie sich dem anzunähern, sondern es kann auch über verschiedene Wellen der Beschäftigung und verschiedene Dinge, ob das eine Reise ist, oder Zehnbücher, oder was weiß ich, nichts ist das Richtige. Sondern man muss es immer wieder versuchen, sich dem anzunähern, und ich glaube, das ist schon ein Buch. Ja, da gebe ich dir ja recht, und da bin ich ganz deiner Meinung, es ist ja nicht so schön, wenn du glaubst, man soll es beim Versuchen. Ich sage nur, ich habe versucht zu begründen, warum die Mehrzahl der Menschen es auch nicht haben. Natürlich haben wir Bilder, und natürlich haben wir auch tiefsitzende Bilder, zum Beispiel, da muss man gar nicht genau schützt gewesen sein, um bestimmte Fotos vor Augen zu haben, augenblicklich. Riesige Tonnenberge von Haaren, von Briehen, von Schuhen, dann die Leichen, die da herumliegen, und all diese Dinge, also die ganzen schockierenden Bilder, die natürlich auch Bilder in den Köpfen der Menschen machen, aber gleichzeitig sind die fast schon, sagen wir, historisch ikonografiert, und führen nicht zu einer zeitgenossischen Empathiefähigkeit, das meine ich, weil sonst wäre es nicht möglich, dass heute wieder so viele Menschen so bestialische Sachen auf Facebook posten, Parteien wählen, die sich von dieser Geschichte nicht distanzieren, die wieder autoritäre Systeme reetablieren wollen, und so weiter. Was ich sagen wollte, war im Grunde nur, es gibt ein Ausmaß von Elend, bisher Schrecken und Terror, dass sich die Mehrzahl der Menschen einfach wirklich nicht vorstellen kann, weil sie selbst nie in die Nähe einer solchen Erfahrung gekommen sind. Ich glaube, die Österreicher wären die konsequentesten und militantesten Antifaschisten, wenn man einmal einmal alle Österreicher raustreiben würde aus Österreich. Und dann, wenn sie der Faktorik kommt wieder zurück, und jetzt bauen wir das Ganze neu auf, aber im Moment, es ist unfassbar, dass eine Partei, die allen Ernstes jetzt in der Wahlwerbung propagiert, einen Zaun um Österreich herumzubauen, damit keine Ausländer mehr reinkommen, außer die, die Eintritt zahlen, die Touristen, allen Ernstes einen Zaun um dieses Land bauen, wollen Sie das versprechen? Augenblickliches Führen in den Meinungsumfragen. Das ist ja nicht anders erklärbar, als dass die Menschen, und dass zum Beispiel die Empathielosigkeit so weit geht, dass es eine Empathielosigkeit sogar ist, gegenüber sich selbst. Weil ich würde ja mir nicht sagen, wenn ich in einem umzäunten Land wohne, die anderen sind ausgesperrt, ich hätte das Gefühl, ich bin eingesperrt. Wir würden das sehen, ja? Robert, ich bin schon wieder mit dir einig, und bevor es tatsächlich so weit geht, muss ich doch trotzdem auf einige Punkte deine Kritik eingehen. Das ist natürlich dieses, das Diktum von Montaigne, dass man das eine Sterben nicht üben kann, dass das das einzige Seil, was man nicht üben kann. Und das ist natürlich wichtig. Ich glaube, was du gesagt hast, ist über die Empathie, es ist nicht so, dass man sich gewisse Dinge nicht vorstellen kann. Man will sie sich nicht vorstellen. Und ich glaube, dass tatsächlich jeder Mensch mit derselben Menge Empathie ausgerüstet ist, und dass er einen sehr, sehr großen Apparat braucht, um diese Empathie zu unterdrücken, wenn es Gründe gibt für ihn, die ihm prioritär erscheinen. Ich möchte dazu ein Beispiel bringen. Ich war in Ruanda, und ich habe nicht verstanden, wie es möglich ist, dass man Tür an Tür mit Menschen lebt, über Jahrzehnte. Man spricht dieselbe Sprache, man hat dieselbe Kultur, man isst dasselbe Essen. Und eines Tages wird der eine Teil vom anderen Teil erschlagen, und zwar buchstäblich von den Nachbarn, die Tür an Tür wohnen. Und sie erschlagen sie auf eine Weise, die schwer nachvollziehbar ist. Weil sie erschlagen sie von Tagesanbruch bis 5 Uhr abends, und dann schauen sie auf die Uhr und sagen Feierabend, und am nächsten Morgen bringen sie dann noch die Überlebenden um, weil man arbeitet ja nicht nach Dienstschluss. Wie ist das möglich? Wie können sich Menschen, die im gutnachbarschaftlichen Verhältnis gelebt haben, plötzlich zu dieser Empathielosigkeit wenden? Und es gibt etwas anderes, nämlich diese Menschen, diese Mörder, die waren durchaus empathisch. Sie waren einfach nicht empathisch zu ihren Opfern, aber sie waren empathisch zu ihren eigenen Leuten. Und so haben sie es gerechtfertigt. Sie haben es gerechtfertigt vor sich, weil sie gesagt haben, es war Notwehr. Wir haben 5, 6, 7 Jahre lang von unserer Regierung gehört, jetzt werden sie kommen, die Tutsi, und dann werden sie euch alle umbringen, so wie sie euch alle umgebracht haben, 64, 67 und 73. Schaut euch nur an, was die Tutsi machen in Burundi. Schaut euch nur an, was sie machen in Uganda. Und man muss sich vorstellen, dass das ganze Internet, alle Fernsehkanäle, alle Radiokanäle, jede Zeitung, jeder Nachbar, alle haben nur diese Nachricht. Und die Notwehr ist der einzige Grund, weshalb man nach, ich glaube auch dem österreichischen Strafgesetzbuch, einen Mord rechtfertigen kann, die Tötung eines anderen Menschen. Und die Mörder, mit denen ich gesprochen habe, in Ruanda, Les Genocidaires, die in den Gefängnissen sitzen, die haben gesagt, ja, wir wissen, dass von unserem heutigen Standpunkt auf, dass das nicht richtig war. Aber damals war es richtig, weil es haben alle gemacht. Und wir mussten unsere Nachbarn schützen. Und ich glaube, natürlich, und ich glaube, was ist jetzt die Aufgabe des Schriftstellers? Ist die Aufgabe des Schriftstellers zu sagen, das waren Unmenschen, das waren Barbaren, das ist für mich nicht möglich, oder ist es nicht so, dass man diesen Weg einschlagen muss und sich auch das vorstellen muss? Das heißt, wann würde bei mir irgendetwas geschehen in meinem inneren Zusammenhängen, das mich zu einer Rechtfertigung einer solchen Tat bringen würde? Und ich glaube, diese Leistung muss erbracht werden. Und wenn wir sagen, dass das nicht vorstellbar ist, wenn es gewisse, in unserer Vorstellung, Tabuzonen gibt, dann verunmöglichen wir, glaube ich, ein Erkennen dieser Mechanismen, bevor sie da sind. Ich werde über zwei verschiedene Sachen, du redest jetzt von Vorstellungsmöglichen von Künstlern und Schriftstellern. Ja. Das ist ja, und ich habe vorhin geredet von gesellschaftlichem Bewusstsein, gesellschaftlichen Vorstellungsmöglichen. Ja, aber dann muss ich kurz etwas sagen, es gibt ja auch Leser, und ich gehe davon aus, die Leser und Leserinnen unserer Bücher sind genauso fähig, diese Dinge sich vorzustellen, wie ich es bin. Es gibt keinen Grund dazu. Ja. Das denke ich auch. Du musst vertrauen in eine Leser. Früher hätte man gesagt, das ist ein dialektischer Prozess. Also, ich habe kein manichäisches Weltbild, dass ich sage, es gibt nur das oder das alles, es gibt nur absolute Empathielosigkeit, oder alle Menschen sind so empathisch begabt. Aber ich merke ja, was sich im gesellschaftlichen Prozess abspielt, dass eine wachsende Mehrheit gesellschaftlich vollkommen empathielos geworden ist, oder wird. Und das beginnt ja früh, was sich da abspielt. Es hat doch früher keine Mopping-Beauftragten an Schulen gegeben. Ich habe ja erlebt, wie meine eigene Tochter gemobbt wurde, weil du sagst, die Kraft der Literatur. Ich gebe dir ein ganz kurzes Beispiel. Meine Tochter geht ins Gymnasium, da haben sie an drei Tagen der Woche Nachmittagsunterricht, eineinhalb Stunden Pause zum Mittag. Die Kinder, deren Mütter nicht berufstätig waren, und in der Nähe der Schule gewohnt haben, also die Kinder sind zu ihren Müttern heimgegangenen Mittagessen, die anderen sind die Ralsch, die gehörte auf die Mölferstraße, und haben sie natürlich ein Sandwich gekauft, oder zu McDonalds, oder zu Starbucks, und dann haben die Görlis ein bisschen herumgewandelt, und haben eine billige Pichuterie, oder bei Hase und Mause ein T-Shirt, und die ganzen Sachen, und dann sind sie zurück in die Schule, und haben sie dann gegenseitig gezeigt, was sie da für ein Ramsch gekauft haben. Und dann haben sie gesagt, Sophie, ich bin meine Tochter, was hast du dir gekauft? Und sie hat in die Tasche gegriffen, und hat gesagt, ein Reklam-Bug. Noch dazu schildern. Das war überhaupt nicht cool. Das Kind ist gebockt worden, ab dem Moment. Das muss man sich mal vorstellen, was ist da passiert? Ich erlebe es in Dorfgasthäusern, an den Stammtischen. Man konnte vor 20 Jahren am Stammtisch jemanden noch verblüffen, indem er ihm etwas sagte, was er nicht wusste. Zum Beispiel. Also da konnte man über einen gewissen Informationsvorsprung, populistisch formuliert, konnte man unter Umständen noch ein Vorurteil ein bisschen aushebeln. Das geht nicht mehr. Ja, aber. Und ich sage, es gibt einen wachsenden Verlust an Fantasie, an sozialer Fantasie und Empathie, gesellschaftlich. gesellschaftlich. Das hat nichts damit zu tun, dass der Mensch an sich empathiebegabt ist, dass man sich als Schriftsteller alles mögliche... Ich kann mir als Schriftsteller vorstellen, Faschist zu sein. Es gibt einen Faschisten in mir. Das könnte ich ja gar nicht drüber schreiben. Ich habe als Schriftsteller Fantasie, ich habe als Schriftsteller auch Empathie, augenblickliche, was ich oft alleine in meinem Zimmer sitze und vor mir hin schluchze und weine. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Aber ich habe jetzt gesprochen von einem gesellschaftlichen Prozess, der stattfindet und der etwas mit unserem System zu tun haben muss. Und das hat auch wesentlich damit zu tun, dass dieses System in dieser Weise sich nur bewegen kann, weil historische Erfahrungen abgesunken sind, weil Lehren aus der Geschichte einfach hinfällig geworden zu sein scheinen oder einfach simpel vergessen wurden, dass das niemand mehr interessiert, die berühmte Schlussstrich-Debatte. Und dieser bemühte Schlussstrich und dieses System, das ich immer nur in einer Tageszeitgenossenschaft schillernd beweisen will, führt wieder auf einen Pfad hin zu einer Wiederholung von Verbrechen. die sich die meisten heute einfach nicht vorstellen können. Das wollte ich sagen. Ja, das wäre eigentlich der Inhalt eines nächsten abendfüllenden Podiums. Das Ding mit der Empathie bin ich nicht ganz einverstanden. Also ich weiß auch nicht, ob man einverstanden sein kann oder nicht. Vielleicht ist das auch eine Frage der Weltsicht. Es gibt viel Literatur und Soziologen sagen, wir sind nicht besonders empathisch. also Jerry Riff gehen. Aber vielleicht kann ich trotzdem dazu etwas sagen. Nein, ich bin nicht ganz interessiert. Ah, okay, verzeihung. Ich meine, ihr seid die Hauptverordnissen schon klar. Aber ich wollte nur da ein bisschen auch zum Schuss deiner Tochter. Also ich glaube nicht, dass ich das so gerne hören will, dass sie eine besonders unempathische Generation ist. Also ich glaube, mit den Möglichkeiten, die junge Menschen haben. Aber vielleicht habe ich das gut erklärt. Aber ich möchte es auch. Okay. Ist das Schluss des Gesprächs? Nein, aber das Thema. Okay, nein, machen wir das so. Ja, also die Frage nach der... Also ich glaube einfach nicht, dass es, obwohl es natürlich gesellschaftliche Tendenzen gibt und gewisse Dinge, die gewisse Dinge verdrängen will und vergessen will, kann es für mich als Schriftsteller nicht zur Leitschnur werden, mich gegen die Menschen zu wenden, glaube ich. Das möchte ich nicht. Ich möchte eigentlich weiterhin schon nur aus gewerblichen Gründen an diese Empathiefähigkeit appellieren und vor allem auch an die Freude an dieser Empathie. Weil natürlich, wie Romal gesagt hat, es sind schwierige Prozesse, sich mit gewissen Dingen auseinanderzusetzen. Aber es bietet auch etwas. Es ist auch eine Möglichkeit, lebendig zu sein. Und es ist auch die Möglichkeit, teilzuhaben an, an seiner Zeit und an der eigenen Geschichte. Und deshalb ist es auch nicht so, dass man da irgendwie einen Stein tragen muss oder ein Kreuz tragen muss. Und ich möchte nicht, dass diese Kritik an diesem System gleichzeitig wirkt, zu einer Kritik an den Menschen wirkt. Das ist eine sehr gute, verdienstvolle Wahrnehmung. Ich werde dankbar noch denken, ob ich Sie beherzigen. Die Diskussion ist so spannend, es wäre schön, Sie noch fortzusetzen. Ich fürchte, der Abend ist dann fertig. Ich möchte Romal auch noch bitten, vielleicht euch alle, wenn ihr möchtet, mal eine Schlusswortung zu sagen, wie sieht die Zukunft der Geschichte für euch aus? Die Zukunft der Geschichte, ehrlich gesagt, interessiert mich das gar nicht so mehr, sondern jeden Tag mit dem, was ich mache und was mich interessiert, trotz einer Widerstunde. Ich höre Sie kaum. Ja, ich bin überlebt. Also ich wollte sagen, dass ich jeden Tag bemühe, mit dem, was ich komme, irgendwie sozusagen alle möglichen Narrative, die es gibt, zu erzählen. Ich bin nämlich immer gegen das Einschränkende, das man dann unbestimmt, das so eingespielt. Das ist auch egal. Ja, also die Zukunft der Geschichte ist zum Glück ungeschrieben. Es ist ja, da kann ich vielleicht noch etwas aufnehmen, was Robert gesagt hat, dass es tatsächlich sehr interessant wird. Das soll jemand abnehmen, das klingt klingt. Die Vergangenheit ist vollständig determiniert und die Zukunft ist vollständig undeterminiert. Und wann geschieht genau dieser Wächsl zwischen dem vollständig undeterminierten in das vollständig Determinierte? Die Zukunft ist offen, glaube ich. Und um auch noch einen Begriff aufzunehmen, wie kann man anders als das utopisch begreifen? Das habe ich nie verstanden. Wenn die Zukunft vollständig offen ist und eigentlich alle Möglichkeiten gegeben sind, dann werden ja eigentlich auch alle guten Möglichkeiten gegeben. Und vielleicht sind wir an einem Zeitpunkt der Geschichte, wo es mehr eines geschichtlichen Bewusstseins braucht überhaupt. Und das geschichtliche Bewusstsein ist eben nicht nur eines, das die Vergangenheit in den Blick nimmt, sondern durchaus auch die Zukunft, dass wir uns fragen, wie die Menschen in 100 Jahren leben werden. Und unsere Werke sind ja auch immer Briefe und Botschaften an die Ungeborenen, die noch kommen werden. Und diese Richtung hinein in die Zukunft ist etwas, was die Kunst zur Verfügung stellt und an dem ich unter allen Umständen festhalten will. Die Zukunft. Also ich hoffe, dass die Zukunft ein starkes Kampferk erleben wird. Und darunter verstehe ich ein Comeback einer Licht-, also von den Vorstellungen einer gerechten, friedvollen Zukunft aus der Basis der Menschenrechte. Solche Zukunftsszenarien sind ja formuliert worden. Sie sind weiterhin vergessen. Heute dominieren Zukunftsängste. Aber unter Zukunft verstehe ich das, was man sich an schönem und vernünftigen und gerechten und menschenwürdigen von der Zukunft erwartet, als System und als Lebensorganisation. Und in dem Sinn hoffe ich, dass die Zukunft ein Comeback feiern wird. Und wenn nicht, dann fürchte ich, wird einfach sehr bald das Buddenbrooks-Prinzip wieder einmal eintreten. Sie wissen ja, das ist Thomas Mann Buddenbrooks. Also das ist ja ein Roman, der deswegen so zeitlos gültig ist, weil er eigentlich ein historisches Prinzip beschreibt. Also eine Generation begründet etwas, die zweite baut es auf, die dritte etabliert es und verwaltet es und die vierte fährt es an die Wand. Und wir sind leider jetzt in der vierten Generation. Ja, ich danke dem Roman Kamacker, der ist sehr berfuß und der ist sehr herzlich.